Leistungsstark wie ein Benzinmotor. Der neue Akku Power Plus Rasenmäher von Ego, Ihrem Spezialisten für leistungsstarke Akkutechnologie. Erleben Sie die Leistung wie von Benzinmotoren, ganz ohne Mühe, Lärm und Abgase. Der Arc Lithium 56 Volt Akku liefert eine Leistung, die in Bezug auf Leistungsdauer und Stärke neue Maßstäbe setzt. Er bietet das branchenweit größte Leistungsvermögen bei tragbaren Akkus. Das kompakt zusammenfaltbare System lässt sich platzsparend verstauen. Einfach Grifflinge einstellen, Sicherheitsschlüssel einstecken und per Druckknopf starten. Der Motor mit Radantrieb sorgt für leichtes Manövrieren und dank der hohen Schnittbreite mähen Sie jeden Rasen in weniger Durchgängen. Mit der 3 in 1 Funktion können Sie das Gras auffangen, mulchen oder seitlich auswerfen. Der große Auffangbehälter muss weniger häufig geleert werden. Der Egos Arc Lithium Akku liefert so unglaublich viel Kraft. Sie werden überrascht sein, wie lange Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können. Die LED-Scheinwerfer lassen Sie auch noch in der Dämmerung mähen. Mit dem revolutionären Akkusystem von EGO. Einfach Akku einsetzen und loslegen. Der leistungsstarke Arc Lithium 56 Volt Akku funktioniert mit allen Geräten der EGO Produktfamilie. Egal was Sie tun, egal wie groß die Aufgabe. Der EGO Power Plus Rasenmäher hat die Kraft, die Sie brauchen, um jede Aufgabe zu meistern. Wählen Sie aus vier Modellen aus und entdecken Sie die Leistungsstärke wie bei einem Benzinmotor vom Spezialisten für leistungsstarke Akkutechnologie. EGO Power Beyond Belief